So, ich begrüße euch alle. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich glaube, ich habe das Mikro an. Ja. Ich begrüße euch Montag, wieder Tabata-Kursstunde, solange wir die hier noch zu haben. Ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Vom Prinzip her machen wir was ähnliches wie letztes Mal, nur ein bisschen andere Ergebungen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht allzu viel Zeit. Ich habe heute mal Musik mitgebracht, beziehungsweise das hat jetzt geklappt mit der GEMA und allem. Jetzt ist nur noch die Frage, wie sich das anhört. Einfach am Ende wieder das Feedback geben, ob das geht. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen was machen. Aber schreibt mir einfach mal, wie das sich für euch angehört hat. Ansonsten machen wir uns einfach warm, haben dann unsere Tabata, haben unsere Workouts, haben unsere verschiedenen Übungen und kommen dann auch dieses Mal wieder so ein bisschen zu stretchen noch am Ende. Ein bisschen was für die Regeneration, dass wir nicht mit so einem Riesenpuls, mit so einem hohen Puls, dann das Ganze beenden. Ich würde sagen, ihr macht euch bereit, schaut, dass ihr genügend Platz habt. Zumindest mal einen Platz für die Matte und wenn ihr es braucht, ein Handtuch und was zum Trinken. Mehr brauchen wir denn nicht. Wir brauchen nur unseren eigenen Körper und ganz viel Motivation. Okay? Guck. Wir stellen uns hüftbreit auf und kreisen die Schultern mal nach hinten. Schön für die Mobilisation. Du dürftest auch ruhig leicht in die Knie gehen, dass die Beine nicht ganz steif dastehen. Und dann schön nach hinten die Schultern rollen. Jawohl. Das Ganze machen wir nach vorne. Richtig schön große Bewegungen machen. Ganz nach hinten und nach vorne durchkommen. Auch hier wieder leicht in die Hockey gehen. Gut. Wir kreisen die Arme komplett nach vorne. Schauen, dass wir hier im Umfeldbereich stabil bleiben, dass wir hier die Spangen halten. So, dass nur unsere Schultern und unsere Arme sich bewegen. Auch hier ganz nach hinten durch, nach vorne ziehen. Okay. Das Ganze machen wir rückwärts. Gut. Kommt. Okay. Einmal ausschütteln. Wir nehmen die Hände zusammen, kreisen unsere Handgelenke auch hier, dient es zur Mobilisation. Wir nehmen unser rechtes Fußgelenk mit dazu. Einmal ein bisschen, wenn die Gelenke sind so ein bisschen von langen Arbeiten, ja ein bisschen versteift sind. Einmal ein bisschen lockern. Dann wechseln wir das Bein in das linke Bein und wechseln die Richtung in den Handgelenken. Dass wir einfach nicht vorbereitet sind. Nicht nur warm sind, sondern auch die Gelenke vorbereitet sind. Genau. Deswegen machen wir das Ganze hier. Okay. Wir haben die Arme nach rechts und links gestreckt. Ellenbogen anwinkeln und kreisen nur die Unterarme. Dabei schauen, dass die Ellenbogen auf Schulterhöhe bleiben. Und wir auch ungefähr rechts und links in einer Höhe sind. Erstmal zu mit den Kreisen. Nur die Unterarme. Das Ganze machen wir nach außen. Einmal richtig wechseln. Dann lassen wir die Schulter ein bisschen schwer. Ziehen wir noch voll durch. Letzte Sekunden. Und einmal ausschütteln. Wir bleiben hier im hüftbreiten Stand. Drehen uns erstmal leicht. Immer rechts nach links. Für die Wirbelsäule. Dass wir auch hier die Mobilität kriegen. Der Blick geht quasi immer in die Richtung, in die wir uns drehen. Dann nehmen wir uns die Arme dazu. Heißt, wir öffnen nach hinten. Andere Seite öffnen nach hinten. Auch hier dürft ihr leicht in die Hockey gehen. Dass wir das Knie nicht durchstrecken. Und wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, ruhig ein bisschen weiter aufdrehen. Die komplette Dehnung mitnehmen. Sehr gut. Das Ganze machen wir diagonal nach oben. Bedeutet, Arme geht hier nach oben zur Decke. Wir lehnen uns hinten rein. Kommen zur Mitte. Andere Seite. Die komplette Spannung mitnehmen. Im Humpfbereich bis hoch zur Schulter. Jawohl. Bist du noch? Und gut. Wie letzte Woche. Bleiben wir auch wieder hier im Stand. Wir drehen uns diesmal wieder zur Seite auf. Rechts, links. Und boxen wieder raus. Zur einen Seite, zur anderen Seite. Die Beine bleiben erstmal beide parallel stehen. Wenig Bewegung in den Beinen. Wir wollen nur den Oberkörper hier ein bisschen trainieren. Oder ein bisschen aufhören. Hals, rechts, links. Gut. Das Ganze machen wir diagonal nach oben. Wir kommen wieder nach unten. Und jetzt drehen wir das Bein mit. Heißt, wir drehen noch eine Seite und das Bein dreht mit zur Seite auf. Auch hier im Wechsel. Das Tempo ruhig gleich mal ein bisschen anziehen. Das Ganze diagonal nach oben. Richtig raus. Kommt. Okay. Nächste Übung. Wir schlagen wieder nach unten. Beine gehen mit. Wenn wir in der Mitte sind, haben wir die Hände, also die Fäuste kurz vor dem Gesicht. Gehen tief. Kommen nach oben. Schlagen raus. So, Mitte tief. Rausschlagen. Okay. Ja. Tempo wieder steigern. Und hier exklusiv rausschlagen. Gut. Jawohl. Bein wieder auftreten. Und den Oberkörper mit. Blick geht in Richtung Faust. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Gut. Einmal ausschütteln. Machen wir noch mal ein bisschen mehr Mobilisation. Stehen mit geschlossenen Beinen. Aufrecht. Gehen tief nach unten. In kommenden Dehnungen. Laufen nach vorne. In die Liegestützposition. Hier werden wir wieder drei Liegestütze machen. und laufen dann wieder mit den Händen nach hinten. Kommt noch mal kurz in die Dehnung rein. Gehen nach oben. Das Ganze machen wir jetzt drei Mal. Ihr habt es schon einmal gemacht. Das heißt, wir gehen noch mal tief. Runde zwei. Laufen nach vorne. Hier haben wir die Kombination. Liegestütze sind drei Stück. Wir haben die Kombination aus Dehnung hier im hinteren Beinbereich und den Kraftpart durch die Liegestütze. Dritte Runde einmal noch. Nochmal tief gehen in die Dehnung. Die Dehnung spüren. Nach vorne laufen. Zum Präklinisch-Stützposition. Drei Händisch-Stützen. Wieder nach hinten. Aufrichten. Und nach oben. Gut. Nächste Übung. Wenn ihr eine Matte habt, bzw. Dehnung macht ohne Matte, machen wir hier einen großen Ausfallsschritt. Gehen hier tief rein. Hinteres Bein ist knapp über den Boden. Und dann wippen wir nach oben, tief, nach oben, tief, nach oben. Fünf Mal. Einmal noch. Okay. Wechsel die Seite. Anderes Bein. Kommen wir an den tiefen Ausfallsschritt. Ruhig gleich mal ein bisschen vordern. Hinteres Bein knapp über den Boden. Wir kommen hier nach oben. Tief nach oben. Drei Stück noch. Jawohl. Gut. Einmal noch wechseln. Andere Seite. Gehen hier nochmal tief in die Dehnung gleich. Drücken nach oben raus. Gehen tief. Drücken nach oben raus. Drei Stück noch. Noch zwei. Balance halten. Letzter. Okay. Noch einmal wechseln. Großer Ausfallsschritt. Knie wieder knapp über den Boden. Kurz in die Dehnung rein. Und dann nochmal. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und den letzten. Gut. Wir ziehen kurzes hintere Bein an. Wir wollen aber im aktiven Bereich bleiben. Also aktives Dehnen. Heißt, wir ziehen hinten an. Gehen hier kurz in die Standwaage. Greifen runter. Versuchen auch hier die Balance zu halten. Lassen los. Wechseln das Bein. Anderes Bein. Kurz in die Dehnung rein. Dann versuchen wir das Bein gestreckt zu lassen. Was am Boden steht. Kurz nach unten. Wieder nach oben kommen. Noch einmal wechseln. Rechtses Bein anziehen. Linkes Bein bleibt gestreckt. So gut wie es geht. Wir greifen hier runter. Kommen wieder nach oben. Andere Seite noch einmal. In die Dehnung rein. Nach unten greifen. Und kommen wieder nach oben. Gut. Wir gehen in den Side Step. Heißt, Auswahlschritt nach rechts. Verlagern das Bein auf. In dem Fall bei mir ist es auf das rechte Bein. Kommt das Gewicht auf das rechte Bein. Hier haben wir die Dehnung. Hier haben wir die Kraftanstrengung. Drücken uns nach oben raus, sodass wir das senkrecht stehen. Andere Seite. Der Fuß bleibt immer komplett am Boden. Heißt, wir knicken hier nicht ein. Sondern der Fuß bleibt immer komplett am Boden. Noch einmal wechseln. Höheres Tempo ein bisschen. Aber, dass wir hier flüssige Bewegungen haben. Bein am Boden lassen. Oberkörper bleibt aufrecht. Versuchen das Knie hinter der Fußspitze zu lassen. Dann gehen wir noch zweimal rechts. Zweimal links. Nochmal andere Seite. Und gut. Einmal Ausschütteln. So. Jetzt laufen wir ganz locker auf der Stelle. Versucht so leistlich möglich zu bleiben. Wie letzte Woche schon erwähnt. So, wenn ihr Mieterhahn und die Unteräust sind. Wenn nicht, natürlich umso besser. Okay. Wir kreisen nochmal die Arme hier nach vorne. Große Bewegungen. Bisschen schneller. Gut. Ausschütteln. Machen wir das Ganze nach hinten. Gut. Ausschütteln. Okay. Werden wir ein bisschen schneller. Und dann ziehen wir vorne die Knie nach oben. Wie das so hoch ist kann, richtig nach oben. Jetzt geht es. Arme dabei mitnehmen. Ja, boah. Und wieder normal. Dann fersen wir hinten an. Sechs von der Seite. So weit wie es geht, nach oben. Wieder normal. Und wieder normal. Arme nicht einfach hängen lassen. Immer wieder bei uns aufspannen. Und dann nochmal vorne anziehen. Und wieder normal. Nochmal hinten anziehen. Und wieder normal. Dann steigern wir nochmal ein bisschen. Immer so auf 70%. 80%. Gehen nochmal auf 90%. Und kommt. 100%. Ganz stelle Beine. Und die Arme mitnehmen. 90%. 80%. Bisschen langsamer werden. 70%. 70%. Arme trotzdem mitnehmen. Noch einmal hochsteigern. 80%. 90%. Und 100%. Kommt. Kommt. 90%. Wieder ein bisschen runter. 80%. 70%. Und dann nochmal ein bisschen. ganz glücklich auf der Stelle. Ganz glücklich auf der Stelle. Schnaufe kurz einmal durch. Dann machen wir ganz kleine Sprünge. Auf der Stelle. Nur aus den Füßen raus. Ja. Und ihr dürft ihr jetzt ruhig hängen lassen. Rechts und links. Du dürft ihr auch nochmal ausschütteln, wenn ihr möchtet. Und dann springen wir nochmal. Von rechts nach links. Springen in der Mitte. Auf den Füßen das Ganze. Springen vor und zurück. Und nochmal in der Mitte. Laufen nochmal auf der Stelle. Noch so 5 Sekunden. Noch ein bisschen schneller werden. Die letzten 5. 4. 3. 2. Und gut. Trink schnell was. Workout. Kurz vor dem Workout. Wir sind mit dem Aufwärmen. Wir haben das Aufwärmen beendet. Trink schnell was. Schnaufe kurz durch. Und dann starten wir mit der ersten Runde. Erkläre ich euch gleich was bevor. Also. Wie machen wir letzte Woche auch schon Tabata? Letzte Woche haben wir 6 Unterholungen gemacht. Oder 6 Runden. Heute steigen wir das Ganze auf 8. Heißt wir haben jede Übung 8 Mal. Hab trotzdem die Übungen ausgewählt. Die sehr viele Muskelgruppen auf einmal beanspruchen. Um somit den ganzen Körper eigentlich abzudecken. Ich habe jetzt auch hier so eine Musik. Wo ein Timer mit dabei ist. Einfach auf die Musik hören. Auf den Timer hören. Wir können auch gerne mit der Musik mit dem Beat mitmachen. Einfach im Takt. Kommt drauf an was wir machen. Okay. Also. Beginnen wir. Und zwar beginnen wir mit Squat in and out. Bedeutet. Wir sind hier in der Squat Position. Knie hinter den Fußspitzen. Oberkörper aufrecht. Können ruhig ein bisschen tiefer. Und zwar starten wir in der Mitte. Ich zeige es euch gerade mal vor. Startet in der Mitte. Dann gehen wir rechts nach außen. Links nach außen. Sehen wir einen breiten Squat. Und bleiben tief. Laufen wieder in die Mitte. Enger Squat. Bleiben tief. Wir bleiben die komplette Übung lang tief in der Kniebeuge, ins Squat. Und machen hier nur den Wechsel. Zweimal nach außen. Zweimal nach innen. Schaut, dass ihr unten bleibt. Okay. Gut. Ich würde sagen, legt euer Trinken weg. Starten wir das Ganze. Achtet auf die Musik. Achtet. Drei. Zwei. Wir gehen tief. Los geht's. Raus zur Mitte. Raus zur Mitte. Tief bleiben. Jawohl. Oberkörper bleibt aufrecht. Gut. Jawohl. Gleich geschafft. Pause. Genau. Wenn jetzt noch die eine Seite ist, die gestartet seid. Quasi mit links oder mit rechts. Machen wir das jetzt auf der anderen Seite. Runde zwei. Los geht's. Tief bleiben. Könnt ihr euch die Arme so. Bisschen wie beim Laufen mit. Jawohl. Tief bleiben. Im Squat bleiben. Pause. Zwei Runden nicht schafft. Achtung. Runde drei. Wieder in Position. Weiter geht's. Ruhig die Arme wieder mitten. Und dann. Im Rhythmus. Immer gleiches Tempo. Jawohl. Außen. 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 Innen. Innen. Pause. Kurz durchschlafen. Drei Hammer. Achtung. Weiter geht's. Außen. Außen. Innen. Innen. Auf geht's. Achtet auf eure Körperhaltung. Schön groß im Oberkörper. Schultern sind tief. Und dann müssen die Arme, die Beine hier arbeiten. Jawohl. Außen. Außen. Innen. Pause. Gut. Einmal aufstellen. Einmal ausschütteln. Durchschlafen. Achtung. Weiter geht's. Außen. Innen. Außen. Innen. Gut. Jawohl. Tief bleiben. Maximale Beansprung für die Beine. Gott. Bleib mit mir tief. Jawohl. Oberkörper. Aufrecht. Pause. Huh. Gut. Drei Stück noch. Nochmal aufstellen. Weiter geht's. Gott. Tief bleiben. So tief ihr könnt. Oberkörper aufrecht. Kommt. Arme dazu mitnehmen. Außen. Innen. Außen. Innen. Pause. Letzten zwei. Und komm. Weiter geht's. Gut. Gut. Im Takt bleiben. Temporal. Und komm. Ruhig den Schritt ein bisschen vergrößern nach außen. Außen. Innen. Außen. Innen. Außen. Innen. Außen. Letzte Runde. Kommt. Ruhig nochmal nach außen vergrößern. Achtung. Weiter geht's. Kommt. Hepp. 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 Gut. Pause. Gut gemacht. Kurz durchschnaufen. Erstes Workout damit beendet. Gut. Trinkt schnell, was ihr denn möchtet. Wir machen aber relativ schnell weiter. Nächste Übung wird sein. Entweder auf der Matte oder am Boden. Liegestützposition. Oberkörper ist eine Linie. Und jetzt gehen wir in die Liegestütze. Und ziehen gleichzeitig ein Bein nach vorne. Bis zum Ellenboden. Kommen wieder nach oben. Andere Seite. Wieder wechseln. Mindestens schweres. Lass das alles auch gerne auf den Knie machen. Ihr löst ein Knie. Liegestütze. Randziehen. Andere Seite. Einfach ein Knie lösen. Randziehen. Soweit es geht. Nach vorne. Und wechseln. Okay. Die beiden Level haben wir. Wir starten gleich in die nächste Runde. Und komm. Gleiches Spiel. Acht Runden. Bereit machen. Zwei. Los geht's. Komm. Tief gehen. Bein ranziehen. Und wenn ihr tief seid. So tief wie möglich. Und dann das Bein ranziehen. Komm. Wechseln. Kurz Pause. Wer möchte, kann kurz aufstehen. für die 10 Sekunden. Ansonsten. Hände zum Boden. Weiter geht's. Gut. Auf geht's. Jawohl. Pause. Kurz durch noch. gut. Hände ausstehen. Wieder auf Position. Runde 3. Los geht's. Lass die Arme trennen. Komm. Bein. Lieb dich nach vorne ziehen. So tief wie es geht. Jawohl. Pause. Kurz durch noch. weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Kommt. dranbleiben. Atmen dabei nicht vergessen. Pause. Kurz Ausschütteln. Wir haben Halbzeit. Weiter geht's. Vier Stück noch. Auf geht's. Durchziehen. Drei Stück noch. Falls ihr jetzt nicht mehr gehen solltet, in den normalen Liegestützen. Gerne auf den Knie. Aber durchziehen. Kommt. Drei Stück noch. Weiter geht's. Letzten zwei. Arme nochmal ausschütteln. Weiter geht's. Machen wir euch mit auf den Knie. Kommt. Jawohl. Pause. Letzte Runde. Nochmal ausschütteln. Durchatmen. Nochmal alles rausholen. Nochmal euer Lärmepiel. Kommt. Auf geht's. durchziehen. Letztes. Gut. Gut gemacht. Das war's schon. Gut gemacht. Arme ausschütteln. Nochmal was trinken. Gut. Kommen wir zu Runde drei. Auch hier gibt's diese zwei Level. Level Nummer eins. Ich sag mal, die, die Untermiete haben vor allem, Ausfallschritte. Und zwar, nach vorne. Ihr geht hier tief. Wie wir es vorher gemacht haben. Drückt euch wieder nach oben. Bein wechseln. Tief. Drückt euch wieder nach oben. Tief. Drückt euch wieder nach oben. Level zwei. Für die, die keinen Prämieter haben, die vielleicht einen Keller wohnen. Die dürften das gerne mit dem Spring machen. Bedeutet. Ihr seid hier auch in der tiefen Position. Und springt auch von der Position einmal im Wechsel. Das ist jetzt in dem Fall das rechte Bein. Springt dann auch das linke Bein vorne. Okay. Sieht wie folgt aus. Tief. 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 Okay. Müsst ihr gehen. Auch hier könnt ihr mit einem Level starten. Und dann das andere Level. Falls nicht mehr gehen sollte. Mit dem anderen Level weitermachen. Okay. Ich starte die Musik. Macht euch bereit. Tempo ein bisschen runter. Achtung. Zwei. Eins. Los geht's. Kommt. Jawohl. Versuchen die Beine auszuhalten. Die Arme mitzunehmen. Immer schön tief gehen. Faust jetzt. Gut. Und der Eins. Zum Gefühl kriegen. Zum reinkommen. Achtung. Runde zwei. Los geht's. Los geht's. Kommt. Richtig schön abheben. Schilden. Nimm. Jetzt. Ja, so. Hier. Ja. Woh. Gut. Kurz die Beine ausschieben. Runde 3 weiter geht's und kommt nicht nachlassen versucht im Tempo zu bleiben raus gut wie gesagt wir können auch zwischendrin mal wechseln ohne Sprung weiter geht's Gott jawohl reicht auch Bein für Bein wenn du hier die Geschwindigkeit hoch reist auch sehr effektiv jawohl Arme mitnehmen Pause Halbzeit Runde 5 und kommt jawohl kniechen tief jawohl gut von der Seite Pause drei Stück noch komm bleib mit dran auf geht's weiter geht's tief geht's und aus der tiefen Position in den Wechsel aus zwei Kopf durchhalten auf geht's weiter geht's hohes Tempo auch hier jawohl knie knie fast bis nach unten aus zwei noch oder für den Letzten glaube ich egal auf geht's komm nur mal durchziehen jawohl letzten Sekunden gut das war's schon hab ich verzählt durch noch noch mal was trinken haben wir die ersten drei schnaufe kurz durch noch ein bisschen längere Pause um einfach wieder nach den drei zehn sieben Übungen ein bisschen Luft zu kriegen Beine locker okay machen wir's auf der Matte um ein bisschen die Muskeln die wir gerade beansprucht haben für den Lasten machen wir was für den Rücken und zwar Bauchlage machen Brustschümmel sieht wie folgt aus auch hier gibt es zwei Level die sagen wir die Ansteigewarianze sieht wie folgt aus wir lassen die Beine am Boden und dann gehen wir haben die Hände hier vorne sind sie seitlich vom Körper oder an den Körper ran öffnen heißt Brustkorb geht hier nach oben also ranziehen vorne Hände zusammen nach vorne strecken seitlich ranziehen Oberkörper anheben über den Brustschirm und unterhalten Brustkorb wieder nach vorne und ihr könnt es euch denken Level mit zwei ist das Ganze mit Beinen oben gleiches Spiel ranziehen strecken ranziehen strecken ok und zwar müsst ihr so weit mit eurem Brustkorb nach oben dass die Hände wenn ihr hier seitlich rankommt hier drunter passen dass ihr euch nicht hier so durchquetschen müsst sondern dass die hier schön drunter passen und dann wieder nach oben rauskommen ok legt euch auf die Matte nächste Runde Nummer 4 Achtung los geht's Oberkörper anheben und strecken Arme wie beim Brustschwimmen schön große Kreise in der Mitte zusammen und der Blick geht immer in den richtigen Masse ok Level 1 Level 2 hier wird 2 jetzt Runde 2 und Kopf Pause zwei Runden geschafft sechs Stück nach vorne Achtung weit geht und Kopf wenn ihr euren Brustkorb angeht atmet ihr ein beziehungsweise wenn ihr den Brustkorb angeht atmet ihr aus weil wir lassen und ausatmen nach vorne wieder einatmen weil wir lassen und ausatmen weiter geht und Kopf und raus ok anheben vom Fußkorb ausatmen nach vorne die Hände einatmen Achtung weiter geht gut geschafft Pause gut auf die Übung haben wir gleich nochmal dranbleiben und Kopf los geht's Arme nochmal angeben komm und hoch und hoch und hoch noch mal durchschnauschen leicht geschafft und hoch nach vorne nach vorne mit dabei, zieht noch mal durch, weiter geht, komm, jawohl, durchziehen, gleich die Schock, gut gemacht, wir standen, schnauf durch, Runde 4, gut, auch hier kurz durchschnaufen, jawohl, komm, wir haben noch zwei, drei Übungen, die ziehen wir noch mal durch, lauft ruhig ein bisschen im Raum, ein bisschen rum, lockert die Beine ein bisschen, schnauft noch mal durch, redet nicht so viel wie ich jetzt, konzentriert euch, einfach ruhige Atmung, dass dein Körper wieder ein bisschen Ruhe gönnt, okay, wir kommen schon zur nächsten Übung, wir legen uns auf den Rücken, haben die Beine aufgestellt und gehen hier in die Bridge, bedeutet, Hüfte, soweit es geht, nach oben, Hände dürfen wir rechts und links hinstellen oder hinlegen und wir haben das ganze Gewicht im oberen Rückenbereich und auf die Schultern, natürlich gehen wir auch vom Kopf ab, aber hier liegt der Körper drauf und dann immer im Wechsel, Kick nach oben, hinstellen, Kick nach oben, hinstellen, Kick nach oben, okay, und dann geht der Kick immer so weit hoch, dass ihr hier eine Linie bildet, okay, also linkes Bein und rechtes Bein sind dann auf der gleichen Höhe, absetzen, absetzen und ruhig kicken, also nicht einfach nur hier rausstellen, sondern ruhig hochkicken, hochkicken und dann im Wechsel, lassen wir noch mal ein bisschen die Gesäßmuskulatur, die untere Oberschenkel, die hintere Oberschenkelmuskulatur, Baummuskulatur, Rufmuskulatur, okay, bereit machen auf die Matte, Runde Nummer 5, wir starten, auf die Matte, ablegen, Hüfte nach oben und Kopf, Kick, 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 wie das sein kann gut, aber versuch Gas zu geben, Hüfte, bleibt hier oben, Gesäß anspannen, ganz wichtig, nicht hier unten bleiben, okay, schön hier oben und Pause, könnt ruhig so liegen bleiben, durchatmen, tiefe Atemzüge, warte jetzt, Runde 2, Kick, 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 Hüfte oben und Kopf, jawohl, könnt ihr auch hier durchmal ins Gesäß fassen, seid ihr da angespannt, das ist ganz wichtig, Gesäßmuskulatur, anspannen und dann Kick sauber nach oben, Rest, Pause, Runde 2 geschafft, ruhig die Bande ein bisschen locker, Runde 4 kommt, Achtung, Runde Nummer 3, weiter geht's, Rest, Runde 3 geschafft, Runde 4 kommt, Achtung, Achtung, bereit machen, weiter geht's, und Kopf, wir bleiben auf den Schultern liegen, nicht anknicken, Hohanspann, kommt, Pause, Halbzeit, nochmal ausschütteln, Okay, Achtung, weiter geht's, Kommt, weiter, Kick raus, wenn es nicht mehr geht, einfach hier versuchen zu halten, Gut, Absetzen, also, wenn die Kick nicht mehr gehen, kein Problem, bleibt die Hüfte stabil, Bauch angespannt und wir lassen den Oberkörper, weiter geht's und wir lassen den Oberkörper hier, Einfach in der Position, Gesäß, anspannen und hier halten, okay, durchziehen, komm, Komm, ruhig noch ein bisschen höher, zur Decke, Pause, ruhig mal strecken die Beine, Achtung, weiter geht's, Komm, komm, jawohl, Hüfte nach oben, komm, vier, Absetzen, auch hier haben wir es gleich geschafft, Hüfte nach oben, weiter geht's, Jawohl, Hüfte nach oben, komm, drauf achten, Gut gemacht, geschafft, durchschlaufen, 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 was trinken, Gut, wir machen noch zwei, zwei Stück kriegen wir noch hin, und zwar, und zwar, nochmal was Intensives, nochmal, ähm, in die Liegestützposition, mach den nicht mal so, gehen hier rein, ähm, Schulden sind oberhalb von den Händen ausgerichtet, nochmal Rundspannung halten, nochmal in die Liegestützposition, Bein anziehen, Bein bleibt in die Luft, nach hinten, andere Seite, nach hinten, und dann hier, im Mountain Climber, nochmal Vollgas, okay, und letzte Übung, nochmal ein bisschen was für den Bauch, ein bisschen was für die Ruhstabilität, für die Schultern, okay, gut, Falls es nicht mehr gehen sollte, falls es mit dem Knie ranziehen schwierig wird, dann einfach die Position halten, Blankposition, auch anspannen, Wichtig ist hierbei, dass ihr auch trotzdem, trotzdem Knie anziehen, immer gerade Oberkörper bleibt, schaut gleich mal bei mir zu, und versucht es daheim nachzumachen, okay, Achtung, geht auf die Matte, beziehungsweise auf den Boden, ich starte Runde, Runde 6 immer jetzt, okay, und kommt, also, Oberkörper bleibt gerade, auch wenn wir das Knie ranziehen, nicht sowas machen, los geht's, komm, Und noch, im Beat ist gar nicht so schnell, Hüpp, 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 rechts, 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 gut, Pause, okay, kurz aufrichten, Hände lösen, Achtung, weiter geht, Los geht's, Tempo halten, Tempo halten, Tempo halten, Hüpp, 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 links, 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 gut, Pause, gut,en, gut, zwei guten Armgin, Achtung. Weiter geht's. Runde drei. Und Kopf. Durchhalten. Pause. Gut. Nutzt die Pause. Versuch sie wieder einzuatmen. Und dann weiter geht's. Starten wir in die nächste Runde. Kopf. Tempo halten. Hüpp. 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 Rechts. 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 Pause. Pause. Gut. Nicht mehr lang. Kommt. Achtung. Weiter geht's. Oberkörper bleibt gerade. Atem. Durchziehen. Pause. Nochmal Arme ausschütteln. Kommt. und nach. Nimm die Runde ein bisschen mit. Wir haben es gleich geschafft. Weiter geht's. Kommt. Durchziehen. Rechts. 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 Hüpp. 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 Aus. Hüpp. Nochmal durchlaufen. Achtung. Nächste Runde. Weiter geht's. Durchhalten. Kopf. Im Rhythmus. Hüpp. 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 Jetzt sind wir beim letzten. Und Kopf. Hände auf die Matte. Weiter geht's. Blick. Beide in Richtung Boden. Knie reinziehen. Und Kopf. Hüpp. 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 Jawohl. Hüpp. 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 Gut gemacht. Sehr gut. Durchschnauben. Letztes Mal was trinken. Gut. Komm. Eine letzte schnelle Übung für die Bauchmuskulatur. Ich komme seitlich zu euch. Und Gott. Schnauft kurz durch. Ich zeige euch die nächste Übung. Wir liegen auf dem Rücken. Habt die Beine angewinkelt. Machen so eine abgewandene Form von einem Klappmesser. Bedeutet, wir haben die Hände entweder hier oben oder leicht seitlich. Heben dann unsere Beine an. Kommen hier nach oben. Wir rühren uns die Knechtel. Gehen wieder tief. Arme nach oben. Die Beine nicht abstellen. Versuchen in die Luft zu lassen. Und dann Beine ranziehen. Hände berühren. Die Knechtel. Und wir kommen wieder nach hinten. Und dann im Wechsel. Okay. Armmusikatur noch mal anspannen. Noch mal vier Minuten Vollgas. Okay. Vernehmen wir keine Zeit. Gehen auf die Matte. Rückenlage. Und dann haben wir es geschafft. Kommt. Also. Ich starte. Letztes. Das ist der Vater für heute. Habt ihr gut gemacht. Jetzt holen wir uns die letzte Belohnung. Kommt. Achtung. Los geht's. Versuchen die Beine nicht abzusetzen. Aber was sie dann ranziehen. Oberkörper anheben. Wir können auch leicht tappen. Hier mit den Fußspitzen. Leichter tap. Und dann geht's in die entgegengesetzte Richtung. Okay. Gut gemacht. Runde eins geschafft. Kurz durchschnaufen. Runde zwei. Los geht's. Kurz tappen, wenn ihr möchtet. Und dann Spannung halten. Bauchmuskulatur. Anspannen. So dass ihr keinen Hohlkreuz bildet. Bauchnabel nach innen ziehen. Pause. Gut gemacht. Runde zwei beendet. Runde drei kommt. Auf geht's. Nochmal anspannen. Weiter geht's. Jawohl. Wählt euer Tempo. Für den Schlussspurt. Kommt. Versucht trotzdem sauber zu bleiben. Auch wenn ihr das ein bisschen schneller machen wollt. Ausführungen zählt hier. Qualität vor Qualität. Pause. Runde vier kommt. Kurz vor der Halbzeit. Nochmal durchschnaufen. Und komm. Weit links. Knöchel füllen. Absetzen. Knöchel füllen. Gut. Absetzen. Halbzeit. Durchschnaufen. Kommt. Weit links. Wir bleiben dran. Oberkörper. Weit links anheben. Beine reinziehen. Beine rein. Beine rein. Gut. Achtung. Zwei. Los geht's. gut. Ja, holen. Pause. Pause. Und kommt. Nochmal durchatmen. Wir sind so kurz vor dem Ziel. Bleibt noch mal mit mir dabei. Letzten zwei. Und komm. Jawohl. Letzte Runde. Letzten 20. Komm. Spannung noch mal aufbauen. Hände nach oben. Los geht's. Gut. Letzten 10. Pause. Hey, gut gemacht. Sehr gut. Durchschnaufen. Ihr habt geschafft. Trinkt was. Schnauft durch. Oder bleibt wie ihr wollt. Auf dem Boden kurz liegen. Habt ihr gut gemacht. Wir nutzen die letzten fünf Minuten für eine kleine Entspannung am Ende. Also geht noch mal kurz auf eure Mathe. Versucht nicht jetzt gleich aufzuhören. Wir versuchen den Puls hier ein bisschen runterzufahren. Okay. Kurz auf die Mathe. Letzten fünf Minuten. Einfach Entspannung zum Runde kommen. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Wir liegen unterhalb von unserer Hüfte. Wir ziehen den Bauchnabel nach oben. Wir machen so einen Katzenbuckel. Heißt Katzenkuh die Übung. Kommen geht nach unten. Dann lösen wir. Kommen in Ausgangsposition. Und gehen von dort in das geführte Hohlkreuz. Blick geht leicht nach oben. Strecken den Bauch hier durch. Lösen. Kommen noch mal in den Katzenbuckel. So weit es geht nach oben strecken. Bauchnabel nach innen ziehen. Noch mal lösen. Noch mal das geführte Hohlkreuz. Ganz lang machen. All good. Wir nehmen die Kniematten breit. Lassen die Hüfte überhalb von den Knien ausgedichtet. Und gehen dann hier nach vorne mit den Händen. Gehen so tief wie es geht. Wie gesagt. Hüfte bleibt überhalb von den Knien. Und machen uns hier im Oberkörper ganz lang. Strecken den Rücken. Strecken die Arme. Leichte Dehnung für die Schulter. Leichte Öffnung für die Leiste. Atmen tief durch die Nase ein. Durch den Mund raus. Wir kommen langsam nach oben. Wir kommen wieder in den Vierfüßestand. Und die Knie wieder enger zusammen. Hüftbreit. Da lösen wir die rechte Hand. Beziehungsweise lösen wir die linke Hand. Jeans unter und zum Körper durch. Handfläche liegt auf dem Boden. Die Schulter liegt auf dem Boden. Die rechte Hand bleibt auf ihrer Position. Haben wir auch eine leichte Dehnung im Schulterbereich. Die Hüfte bleibt weiterhin oberhalb von den Knien ausgerichtet. Gut. Wir lösen. Komm zur Mitte zurück. Rechte Hand unterhalb des Körpers durch. Handfläche am Boden. Schulter und Schläfe am Boden. Durchatmen. Okay. Dann drehen wir auf. Jetzt versuchen wir es vom Rückenladen zu kommen. Schnaufen nochmal durch. Strecken die Arme nach oben. Machen uns ganz lang. Stehen die Hände nach oben ab. Halten wir nochmal durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Wir nehmen das rechte Bein an. Greifen mit beiden Händen unterhalb vom rechten Knie. Und ziehen das Knie so weit wie es geht. In Richtung Schulter. Lösen ein bisschen die Spannung. Lassen das Knie aber trotzdem ausgerichtet auf der Position. Und kippen das rechte Knie über unsere linke Seite rüber. Die rechte Hand geht in die gesetzte Richtung. Der Blick geht entweder Richtung Decke. Oder unsere rechte Hand hinterher. Dann haben wir wieder eine optimale Rotation in der Wendelwirbelsäule. Wir haben eine leichte Dehnung im Schulterbereich und im Lendenwirbelsäulebereich. Im Gesäß. Okay. Wir räumen wieder zur Mitte. Strecken das rechte Bein. Ziehen das linke Bein zu uns ran. Greifen auch hier unterhalb vom Knie. Kommen so weit wie es geht in Richtung Schulter. Lösen wir einen Moment die Spannung. Und das linke Knie kippen uns auf die rechte Seite. Linke Hand geht in die gegensetzte Richtung. Lege entweder im richtigen Decke. Oder lege Hand hinterher. Auch hier wieder optimale Rotation. Ändere die Säule. Antidemier im Gesäß. Im Schulterbereich. Ich würde doch gerne die Augen schließen. Halt mich auch mal tief ein. Und raus. Wir lösen. Kommt zum Mitte zurück. Wenn ihr möchtet, bleibt ruhig am Boden liegen. Ich stehe für euch auf. Genüßt ruhig noch ein bisschen die Ruhe. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn ihr alles so mitgemacht habt. Habt ihr es sehr gut gemacht. Wirklich keine einfachen Übungen. Sehr intensives Workout. Könnt ihr alle stolz auf euch sein, dass ihr heute Abend die Zeit euch genommen habt. Und hier mitgemacht habt. Falls ihr irgendwelche Neuigkeiten braucht. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Schaut auf der Homepage bei uns vorbei. Schaut auf Instagram vorbei. Schaut auf Facebook vorbei. Ansonsten schöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal. Alles weitere Gespräche mit deinem. Ciao, ciao, euer Janik. Danke. 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 Vielen Dank.